Durch die Zusammenarbeit mit der A&M-Unternehmensberatung haben wir innerhalb kürzester Zeit über 30 Bewerbungen auf dem Tisch liegen gehabt und konnten einen Mitarbeiter schon einstellen und werden auch noch einen weiteren einstellen. Wir sind auf die A&M aufmerksam geworden durch ein Befreundetes Handwerksunternehmen aus Potsdam, die Dürbusch GmbH. Und da rief mich der Holger vorher über einem Jahr an und meinte, er hätte die optimale Möglichkeit, um Mitarbeiter zu gewinnen. Und hatte mir dann euch empfohlen und ich sage es auch nochmal, wir hätten acht Wochen Zeit gehabt, um Bewerbungen zu sammeln und wir haben das Ganze nach sechs Wochen abgebrochen, weil wir so viele Bewerber auf dem Tisch hatten, dass wir gesagt haben, da ist jetzt mindestens einer drin, den wir brauchen und man muss es ja auch alles abarbeiten können und sich bei den Bewerbern melden. Die Schnelligkeit und auch die Quote von handwerklich begabten Leuten, die sich bei uns beworben haben, ist einfach das, was wir uns nie hätten vorstellen können. Wir sind die VM Feuerschutzelemente GmbH hier aus Eschwege. Mein Name ist Christoph Klug und wir sind ein Familienunternehmen mit aktuell elf Mitarbeitern, davon fünf im Büro und sechs draußen auf Montage. Wir montieren deutschlandweit Brandschutztüren aus Alu oder aus Stahl. Weiterhin montieren wir Tore. Die Herausforderung in der heutigen Zeit als Handwerksunternehmen ist eigentlich die, dass man in die Zukunft schauen muss und gucken muss, wie man die zukünftigen Aufgaben bewältigt. Und da haben wir als ganz großes Problem gesehen, dass wir keine Mitarbeiter mehr finden können und das war auch eine sehr, sehr große Zukunftsangst. Und deswegen waren unsere Probleme der Vergangenheit wirklich, wie generieren wir Mitarbeiter? Die Herausforderung durch zu wenig Personal ist halt immer, dass man auch eine gewisse Rechenschaft ablegen muss. Ich kann keine großen Aufträge generieren, wenn ich nicht auf ein gewisses Pool an Mitarbeitern zurückgreifen kann. Und wenn ich nicht wachsen kann, im Auftragsvolumen her, dann kann ich auch die Aufträge nicht generieren. Und deswegen war das Problem, dass wir halt mehr Mitarbeiter brauchen, um auch als Unternehmen wachsen zu können. Und das war so die Problematik, um halt am Markt bestehen bleiben zu können und immer größer zu werden. Wir haben, bevor wir zur A&M-Unternehmensberatung gekommen sind, diverse Möglichkeiten aufgeboten bekommen und auch genutzt. Ob das jetzt die Printwerbung war oder ob es Jobportale gewesen sind, ob es das Arbeitsamt gewesen ist. Wir konnten aber leider keinerlei Personal dadurch gewinnen. Als Alex anrief, war es sofort sämtliche Hemmschwellen gebrochen. Wir waren sofort per Du und haben die Problematiken gleich angesprochen. Man hat sich sofort wohlgefühlt, aufgehoben gefühlt. Und es war nie ein Problem. Es waren keine Hürden, die zwischen uns standen. Man konnte sofort über alles sprechen und man fühlte sich wirklich sofort zu Hause. Der Ablauf war prinzipiell super organisiert. Man hatte ja mit nichts Großes zu tun. Es war alles vorgegeben. Die A&M hat sich um alles gekümmert. Man hat dann immer nur sein Go dazugegeben, das dann mit dem Berater besprochen. Und sobald die Anzeige online ging, dauerte das, glaube ich, zwei Tage, bis die erste Stellenanzeige bzw. die erste Bewerbung eintrudelte. Von daher musste man eigentlich dann nur das befolgen, was die A&M einem mitgegeben hat und die Bewerber nach und nach abtelefonieren. Und so sind dann in einer Zeit von noch nicht mal knapp acht Wochen bei uns über 30 Bewerber auf dem Tisch gelandet. Der Einwand, nicht bei der A&M zu buchen, war hier firmenintern. Da bedurfte es ein bisschen Überzeugungsarbeit, Chef und Chefin davon zu überzeugen, die aus einer Zeit kommen, wo jetzt Internet noch nicht gar so gang und gäbe war. Und die dann davon zu überzeugen, dass jetzt die A&M Unternehmensberatung das Mittel erfunden hat mittels Facebook, um hier in Zukunft Mitarbeiter zu gewinnen. Das bedurfte ein bisschen Überzeugungskunst. Aber am Ende hatte man auch nichts zu verlieren. Von daher hat man da innerhalb der Firma hier die Gespräche geführt, hat sich dann dazu entschieden. Am Ende muss ich sagen, bin ich total froh, dass wir es gemacht haben, weil jegliche Stellenanzeige in anderen Medien ist ja auch nicht umsonst. Von daher, aber sie ist halt immer, hat halt so nichts gebracht und die A&M war jeden Cent wert. Vorteil durch den Zukauf der Unternehmensdienstleistung der A&M ist auf jeden Fall gewesen, dass uns die Zukunftsängste in Bezug auf die Mitarbeitung genommen worden ist. Also man kann eigentlich ruhigen Gewissens jetzt in die Zukunft schauen, weil man weiß, dass es die Mitarbeiter auf jeden Fall gibt und die A&M weiß, wo sie sind. Und das ist eigentlich so das Wichtigste, was wir damit mitnehmen konnten, dass uns diese Angst genommen worden ist und wir jetzt einfach wieder in die Zukunft schauen können. Ich würde ihm mitgeben, wenn ich einem die Dienstleistung der A&M einem Freund empfehlen würde, dass er alles andere eigentlich einstellen kann. Sämtliche Anzeigen in der heimischen Zeitung oder in irgendwelchen überregionalen Zeitungen, auch die Jobanbieter auf den Portalen, sondern dass er sich bei der A&M Unternehmensberatung melden soll und dass es ein rundum sorgloses Paket ist, um in der Zukunft, was Mitarbeiter betrifft, gewappnet zu sein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017